Am ersten Freitag im Februar gastierte die Miller-Andersen-Band in der Kniestädter Kirche von Salzgitter-Bad. Eröffnet wurde das Konzert, das im Rahmen der Veranstaltungsreihe Blues in der Kirche stattfand, von Jens Burgdahn, Mitarbeiter des Fachdienstes Kultur. Viel Vergnügen mit der Miller-Andersen-Band! Live in Vienna, so heißt die neue CD des bekannten Blues- und Rockmusikers und so lautete auch das Motto dieses Abends. Der schottische Sänger und Gitarrist Miller-Andersen ist seit über 70 Jahren musikalisch sehr aktiv und in mehreren Bandobjekten gleichzeitig unterwegs. Bekannt wurde er, der bereits 1969 in Woodstock mit dabei war als Gitarrist bei vielen weltberühmten Bands. wie Spencer Davis' Group, T-Rex, Domo-Wand oder Deep Purple. Derzeit ist er mit seiner eigenen Villa Henderson-Band auf Tour. Einen Die Spanish baja Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020